Ich würde vielleicht sozusagen auch noch mal, auch wenn es nicht ganz populär ist, eine Lanze brechen für die BILD und dafür, dass es die gibt. Also ich finde eine Boulevardzeitung, die mit Verantwortungsbewusstsein gemacht ist, die ist in der Demokratie total essentiell, weil so gern ich das auch hätte, es kann und will aber nicht jeder die Zeit lesen. Und es gibt für jedes Medium, für jede Sendung, für jede Zeitung und für jede Webseite ein Publikum. Und das BILD-Publikum macht einen sehr großen Teil der deutschen Bevölkerung aus. Und eine Boulevardzeitung erreicht die, ist wichtig für die Meinungsbildung in der Demokratie. Und wir haben in der Geschichte der BILD-Zeitung auch wirklich Phasen gehabt, in denen sie das mustergültig gemacht haben. Also das ist nicht so, dass das immer nur ein Krawallblatt ist, immer nur bösartig. Und gerade deswegen ist das, was Döpfner da gemacht hat, ja auch so schlecht.